mmmm, mein Leute, ist Applen hier. Heute geht es mal was, was mich abfuckt und zwar, ich komme einfach nicht in die Weihnachtsstimmung. So, ich werde, ich plane, dass das Video, wenn möglich, am 24. direkt rauskommt oder erst drei Wochen später mit meinem Upload-Rhythmus. Oh Gott, ey. Ja, sorry, wegen dem Zeug. Also, ich hoffe, es kommt in die... Ja, es ist halt, ich komme nicht in die Weihnachtsstimmung. Ich schaue mir alte Kautons an, ich schaue mir alte Serien an, sei es ein Weihnachtsmann, ein Coca-G, ich komme da nicht rein. Es ist halt einfach für mich etwas, was mich so nervt mittlerweile, einfach weil ich will in die Weihnachtsstimmung kommen. Ich will Kekse backen können, ich will Kekse fressen können und ich fühle mich dann so richtig so, yeah, wie ein fetter Mann bricht gleich bei mir auf zu Hause ein und lässt ein paar Geschenke. Oh, geil, schon wieder ein Stück Kohle. Hast du bekommen? Oh, oh, inne. Richtig geil. Ja, so, ich will in der Stimmung sein, aber ich bin es nicht. Und ich weiß nicht warum. Aber egal, was ich mache, ich komme nicht in diese Weihnachtsstimmung. Ich kann die größten Weihnachtsfilme und alles schauen. Ich könnte mir den ganzen Tag lang irgendwelche Weihnachtslieder auf Spotify durchballern, aber ich komme, wird es selbst dann nicht mehr in die Stimmung kommen für Weihnachten. So, wenn ich es wirklich reihart versuchen würde. Und ich verstehe nicht warum. Ich liebe die ganze Idee von Weihnachten. Ich liebe die Ästhetik. Dieses Rot-Weiß ist für mich so richtig, es passt gut zueinander, aber es passt einfach, es passt mir überhaupt nicht rein. Ich komme nicht in die Stimmung. Ich weiß nicht, warum ich da nicht reinkomme. Ich versuche ja extra irgendwie so gezielt, wie ich ein bisschen, so ne, ich schaue mir irgendwie Weihnachts-Videos auf YouTube an. Ich versuche extra in die Stimmung zu kommen für den Kack, aber ich komme nicht rein. So, meine Eltern wollen so ne fucking Weihnachtsmarkt, aber ich schaue mir im Hockey irgendwie und denke mir, was ist zum Fick? Ich habe überhaupt keinen Bock auf den Scheiß gerade. Aber es ist halt auch einfach nicht mehr geil. So, heutzutage, was, wo ich, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich es einfach realisiere, Weihnachten ist auch einfach nur noch wieder Entschuldigung. Also Wachsende sich einfach besoffen können und ich verstehe es nicht mehr. So, klar, Alkohol kann vielleicht Spaß machen oder sowas, aber ich verstehe es nicht. Warum zum Fick machen das so viele? Es gibt andere Dinge, die man machen könnte, raus aus sich Hacke zu sofen, wenn man Weihnachten ist, so, wenn man Weihnachts-Vonkumpel hat. Hacke sein ist keine Weihnachtsstimmung, das ist einfach nur ein Zustand, der nicht wirklich ersterbenswert ist, was es halt schon ein bisschen abfuck ist, da ich halt es wirklich nicht für angenehm finde, so. Ich kann mir das einfach nicht geben. Naja, ich komme eh nicht in die Stimmung und jetzt mich darauf aufzuregen, Es ist der 21. heute, es ist vielleicht 20 oder 30 und ich reg mich hier über irgendeine Scheiße auf, wenn meine Eltern versuchen zu schlafen oder so, kack. Naja, ähm, bleibt toxisch und, ja, desleiten, die abonnieren, abmültige Klacken und verpasst euch, was ist eine kleine Hose denn hier? Ah, oh Gott, was hab ich mir in dem Falsch hier? Ah, oh Gott, was hab ich mir in dem Falsch hier?